Die Banane Die Banane ist eine gute, gute Erfindung der Lebensmittelindustrie. Sie ist gebogen, damit man sie so essen kann. Ham, wie lecker eine Banane ist. Und wer eine Banane ist, ist sofort gut gelaunt. Denn Bananen gehören zu den gute Laune-Essen-Sachen. Ah. Hm. Oh, schade. Die Zeit ist unbaut. Lass uns reden. Das war's wieder. Mit meiner Wissenschafts-Sendung The Big Thing mit Dr. Helwig Schneider.